Da! Leute, herzlich willkommen zurück zu Jurassic World, also Lego Jurassic World. Ähm, gibt's noch? So, ne. Achso, einfach weiter. Hier speichern. Okay, er püppt sich. Lol. Ein Auge bewegt sich damit. Hi! Nein, wie geht's? Okay. Aha. Jetzt ist er weg. Ah, jetzt wär' ich uns wirklich fressen. Okay. Schnell weg! Okay. Ja. Oh, kein Problem. Is he along, oder was? Weg mit dir, du blöde Küste. Okay. Aha. Hier. Für dich. Jetzt lässt mich allein. Ich hab' mich leicht erschrocken. Aber ohne Scheiß jetzt. Hui. Naja. Ja. Ich hab' keine Ausreden dafür. Das soll es auch. Oha. Oha. Okay. Das war's. Nichts für uns. So. Was kannst du eigentlich noch? Was ist denn Sprengen, ne? Nee, er kann das. Kann sich tagen, okay. Keine Ahnung, ob das nützlich ist. Ich werde auf jeden Fall hier rüber gehen, was nicht geht. Also heißt es, alles zerstört. Okay. Okay. Was kann das? Mach' ich doch. Hä? Hier ist irgendwas. Und jetzt? Aha. Ja, natürlich. Jetzt? Verbotten mal. Warum ist das so leise auf einmal? Ich hoffe, man versteht irgendwas. Oh. Doofkopf. Ja. Geh du weiter. So. Komm hinterher. So. Ah. Hm. Ah. Okay. Und jetzt? Hochziehen. Ne. Okay. Ah, er kann. Okay. Okay. Da oben. Seht ihr das? Ja, das ist ne Kiste. Psch. Leise. Der Dignum darf uns nicht, äh, erwischen. Okay. Na gut. Warten Sie hier. Ja. Okay. Hier ist es wahrscheinlich falsch. Ja. Gut. Okay. Auf den Aufzug. Hier. Ja, bitte. Bitte. Komm, war auf. Was ist der denn? Aha. So ein Idiot. Du bist dumm, oder? Hm. Na. Ja, ja. Wir wollen ja eh nur gefressen werden, daher. So. Bitte schön. So, bitte schön. Schade, dass sie nicht da unter war. So. Warum sprengt ihr runter? Irreland. So. Ja, komm, fress uns. Oder fress sie. Tja. So. Ja, ja, ja. So. Kaputt. So. Bitte schön. Schade, komm. So. Okay. Ja. War klar. Hi. Ah, versuch das. Jöli. Was ist denn der andere? Da. Ah, ich weiß schon was. So. Na, la, la. Schön, oder? Na. So. Wahrscheinlich jetzt zu machen, oder irgendwo so. So. Schön in deinem Gesicht. Ne. Doch. Oh, was ist das? Ei. Hä? Falsche Pumpe. Wasserpumpe. Wasserpumpe. Okay. So. Oh, mhm. Tja. Tja. Deswegen immer Mundschutz benutzen. Achso. So. Anscheinend ist das jetzt zu dumm. So. Jetzt macht das hier kaputt. Es sieht aus, ob man das kaputt machen muss. Ja. So, bitteschön. Hier. So. So. Ich komm mal rüber. Oh, ich dachte hier. Ach. 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 Da gedrückt ist das dieselbe Effekt. So. Hi Dino. Ne. So. Bitteschön. Bitteschön. Puh. Rufen Sie die ACU. Die sollen alles schicken, was sie haben. Lowry. Wir haben sie. Südlich des Gyrosphären-Tals. Moment. Folgen Sie dem Saurier? Ja. Schicken Sie die ACU dorthin. Folgen Sie dem Dinosaurier? Äh. Ne. Eigentlich suche ich mein Leben. Aber das ist dasselbe. Mein Leben ist wie ein Dinosaurier. Was? G-Force Game Driver ist verfügbar. Schickt bei mir. Äh. Okay. Search Mitchell. The ACU Beamter. ACU Beamter. Tierärztin Jurassic World. Vivian. Nichts. Helfer. Eingerostet. Jurassic Park. Jurassic World. Verfolger. Ja. Moskito und Honig. Level abgeschlossen. Geschichte fortsetzen. Überspringen. Ja. Nehmen wir das. Und fahren. Wollen. Dadurch. Okay. Schlüssel finden. Die Schlüssel. Das ist bestimmt hier drin. Oder hier. Ein Dino brauchen wir. Denn hier. Oder? Warte mal. Ah. I see it. Hier bitteschön. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also da, ja. Hier ist ein Schlüssel. Aber kein Bronze, sondern Gold. Wirklich jetzt? Really now? War jetzt selber cool. Ah. So schwer. Wir fahren. Komm. Kann man ohne den fahren? Ah Mist. Too late. Ich bin nach Hause zu Mom und Dad. Klar doch. Aber erst, ich glaube, ich kann das Tor zurück zur Lagune sehen. Okay. Da. Ich habe keine Ahnung, wer da gesprochen hat. Aber ich weiß wie. So. Reicht ein kleiner, mittelgroß, groß. Reicht ein? Äh. Ich glaube, der reicht. Der müsste es ja. Ich wollte kein Skelett. Oh. Okay. Das Tor war eben auf, oder nicht? Gar nichts. Okay. Ah. Okay. Ja. 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 Ganz ruhig da bleiben. Ja, denn der. Ist doch egal. Ja, genau der. Der soll da raufschwimmen. Oh. Jetzt muss der da irgendwie rauf. So. Ja, bitteschön. Knechti. Würde er auch nicht so schaffen. Ja, bitteschön. Dann weißt du ungefähr, wie du das nächstes Mal reparieren kannst. Nicht schlecht. Wir können das Gladdon und Job übernehmen. Das war schwer, ne? Ich verstehe dich. Nicht dämlich. Du hast mich doch dämlich genannt, oder? Das war nett von Ihnen. Aber sollten Sie hier draußen wirklich... Rechen. Sehe ich da etwa eine Info? Tatsächlich. Ingen hat 1983 als erste Firma realisiert, welches Potenzial in der Gewinnung von DNS aus 4 Millionen von Jahren in Bernstein eingeschlossen hin. Sehen Sie, sie läuft direkt auf den Park zu. Hallo? Irgendjemand hier? Ingen. Haskins. Sie wissen, warum ich hier bin? Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren an einer Verwendung für diese Raptoren. Lassen Sie mich das klar ausdrücken. Kein Veloci-Raptor wird auf dieser Insel freigesetzt. Okay, Boss. Was haben Sie jetzt vor? Wir brauchen niemanden sonst. Ziel gesichtet, südlich des Vogelhauses. Wie geplant fortfahren. Beeilung, Jungs. Zehn Uhr beim Vogelkäfig. Hochziehen. Hoch! Boat! Ah! Was passiert hier? Was? Macht euch bereit zu rennen. Bereit? Wir müssen ins Innovationszentrum. Da ist es sicher. Wie kommen wir an den Terranodon zu? Okay. Okay. Tja. So. Ja. Schlauer Typ. Das muss man sagen. Was soll ich hier machen? Einfach kaputt machen. Irgendwas sich sehr verheifeln. Ah, da. Okay. Du kannst reparieren. Du machst das irgendwie. So. Die Dinos sind los. S.O.S. S.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Tschüss. No. Das ist gut. Das war wenig, aber er. Ich kann es nach uns abholen. Bis Sachsen. Oh. Wo denn? Was schießt der denn? Alles. Doch. Hä, warum ist das so grün? Ah. Tschüss. Hm. Au. Au. Oh, ach. Davon kleiner. So, tschüss. Okay. So, ich brauch dich eben. So. Bitteschön. Genau das. Einmal das scannen. Genau. Ach. Oh, der Arme. Was ist denn noch aus? Sieht mein was? Ne. Tja. Schade. Schon traurig. Dass es so weit kommen müsste. Der Arme, die nicht. Ja. So. Und wie kommt die da hoch? Hier, ne? Ja. Bitte. Hier. Kannst du sein? Händere mich mit. Ich hab keinen Bock mehr auf den. So, hier bitte schön. Okay. Oh, und nicht. Da, da. So. Sehr schwer. Sehr schwer. Das ist ein Katastri. Kann man nicht viel sagen. Ja. Oha. Okay. It was a hell of a quam. So geklapp. Schnell bin er. Ja. Du hast dich mit denen doch ausgeholt. Ja. So. So. Was würde ich das noch machen? Hey. Gut gemacht, Kleiner. Kleiner. Ähm. Bleib da! Okay. Wollen wir? Ne, ne? Okay. Okay. Vielleicht die, weil der erwachsen ist. Jo. Okay. Ne Brücke da rausfahren? Ja. Naja. Doch. So. Hey. Hallo. Krieg ich den jetzt oder nicht? So. Kommt. Ein Foto machen. Ich glaube, das könnte er, ne? Geh mal weg da. Ne. Jo. Dann komm rüber und mach das. Und du gleich ein Selfie mit ihm. So. Hier. Der Sieger. So. Hey, hey. Da, 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 da. So. Ist niemand sonst hier? Hier ist was. Richtig? Keine Ahnung. Scheint so. Ach so. Ach so. Wollen wir mal. Das klingt so. Ja. Was sie hier machen? Weiter wahrscheinlich. Genau. Das kaputt machen. Das ist so. Anwie. Mach mich kaputt. So. Du gehst jetzt mal weg. Du bist halt bewusst. Du bist jetzt geschlagen. Die Spielhalle. Sieht aus, als wäre sie verriegelt. Okay. Ja, wir brauchen den Schlüssel. So. Der liegt doch da. Mann. Ja, ich hab's kapiert. Oh, das wird heute ein bisschen längere Folge. Aber macht ja nix. So. 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 Nein, mach das noch nicht kaputt. Was soll ich überhaupt hier finden? Ach so. Und die? Was ist sie? Das ist eine andere. Die haben wir aber nicht. Weißt du, sagen wir es scheinlich. Ach. Heißt du jetzt. Rein mit der Sicherung. Ja, ich weiß. So. So, bitteschön. Ah ja, das mit heißt. Oh. Und das bringt jetzt was. Okay. Keine Ahnung. Alles klar. Nicht vor's geht. Oh, nee. Kann, nö. Gott. So. Damit hab ich nicht gerechnet. Nö. Niemand hat damit gerechnet. Ja gut, dann mach ich noch ein bisschen länger heute. Auch nicht schlimm. Ich bin tot. Ich bin tot. Doch. Kann ich das irgendwie umdrehen? Da. Da brauch ich den. Ach so. So. Da brauch ich wieder die. Die Explosion gehört. Und jetzt. Da war ich. Da war ich. Ah. Hier schon wieder. So. Oh. 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 Da kommt jetzt die Sache. Was denn der andere? Naja, Schnuppe. Kann ruhig die angreifen. Vermeide wasse. So. Hier hast du was. Dreh. Ach Quatsch. Du bist zu schwach. Und? Ja. Easy peasy du. So. Gerne. So. Ist ja ein Kinderspiel. So. Bitteschön. Ja. Toll. Toll, gell? Tante Claire. Das ist sie. Ist sie das? Laurie, ich bin unterwegs zu Ihnen. Schlechte Idee. Dieser Hoskins hat jetzt das Sagen. Er will tatsächlich die Raptoren einsetzen. Wir setzen ein neues Team ein. Sie waren noch nie außerhalb des Geheges. Das ist irre. Das ist nicht mehr ihr Revier. Sie arbeiten nämlich für mich. Wenn wir das tun, dann auf meine Art. Ruhig. Ganz ruhig, Blue. Sie haben was gefunden. Sie haben was gefunden. Ich weiß, warum Sie uns nicht sagen wollten, woraus sie gemacht wurde. Wieso? Es hat Raptoren-DNS. Achtung! Raptoren haben ein neues Alphatier. Ja. Macht ja nichts. Ja, kann ruhig alles hier verbrennen. Doch wie sind wir hier da? Leider, dann würde ich sagen, war ein bisschen länger. Deswegen danke für's Zuschauen und bis dann. Ähn Kaffner. Vielen Dank.